ja hallo ihr lieben nach langer zeit ist hier wieder euer cyberphilosoph ich habe mich entschieden mal ganz spontan ein video aufzunehmen ja jemand hat mich gerade auf facebook markiert und mir einen diese dieses aktuelle edeka weihnachtsvideo geteilt sie heißt die besondere weihnachtsgeschichte des herrn schmidt und seine sehr sehr rührende geschichte herr schmidt ist ein ja offensichtlich recht einsamer älterer herr der sich auf weihnachten vorbereitet und in seinem in seiner hausgemeinschaft sich gestört fühlt durch eine offensichtlich muslimische großfamilie die sich irgendwie laut verhält und die eben ein sehr starkes gemeinschaftsleben haben und so weiter und es wird immer so dieser kontrast aufgezeigt er schmückt seinen weihnachtsbaum werden die andere familie baklava zubereiteten familienfest draußen feiert was ihm alles zu laut ist und so hektisch wenn die kinder spielen und er ist sehr mürrisch und ablehnend dieser familie gegenüber plötzlich erhält er die nachricht dass er offensichtlich korona positiv getestet wurde oder so und ja ist dann sehr frustrierend zieht sich vereinsamt in seine wohnung zurück und der sohn dieser familie er blickt so gut durch durch wohnungsfenster sieht gegenüber bei nachbarn wie der weihnachtsbaum geschmückt würde und greift so die weihnachtsidee auf und bereitet einen teller seiner eigenen mit dem essen dann was seine eigene familie zubereitet hat zu und schmückt das ganze so ein bisschen weihnachtlich um herrn schmidt so abzuholen und was schönes für ihn zuzubereiten und stellt sie für die türen klingelt und in dem moment also findet so eine verbindung statt als herr schmidt die tür öffnet und nur noch ein treppenhaus diesen die beiden kinder sieht aus der muslimischen familie und das ist also das rührende und das verbindende in dieser geschichte und ich selbst war auch sehr gerührt und gleichzeitig wusste ich war mir klar dass das eine völlige klischee story ist die hier gezeigt wird und trotzdem hat es mich sehr an sehr sehr berührt also angegriffen ist das falsche wort sehr sehr gerührt auch und ich habe mich gefragt was die aussage sein soll weil ich selbst auch in so manchen konflikten lebe gerade was so religiosität zu tun zu tun hat mit religiosität zu tun hat es ist doch die botschaft an weihnachten aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen und auch kulturelle unterschiede zu überwinden und so weiter was diese geschichte allerdings nicht zeigt und deswegen nehme ich dieses video auf ist diese die viel tiefer liegenden konflikte die oft mit religiösen gruppen zusammenhängen oft mit jeglicher art von gruppen also eine eine gemeinschaft hat doch allzu oft auch klar definierte ausgrenzende faktoren und was in dieser in diesem sport schön gewesen wäre wäre wenn echte konfliktsituationen die innerreligiös auch vorhanden sind aufgegriffen worden wären wo bleibt das homosexuelle paar in diesem haus das in konflikt mit den anderen gerät und sich dann an weihnachten versöhnt beziehungsweise die hausbewohner sich versöhnen also ich nenne mal so ein paar beispiele die mir persönlich nicht angst machen aber die ich die die einfach bei mir eine extreme ablehnung hervorrufen wenn es um religion geht obwohl ich ich bin selbst religiös erzogen worden ich bin katholisch aufgewachsen und diese art und diese katholische atmosphäre reizt mich immer noch aber was mich immer schon gestört hat und was was ich für ganz gefährlich halte ist diese gleichzeitige sehr deutliche ausgrenzung die in solchen gruppen stattfindet da ist zum beispiel das thema homosexualität ich kenne keine religiösen menschen die sich mehr als wirklich ausdrücklich religiös offenbart haben die kein problem mit homosexualität zu tun haben jedenfalls wird es innerhalb ihrer religion oft sehr deutlich kommuniziert dass das ein nicht gottgefälliger lebensweg sei weitere beispiele also die grundsätzliche offenheit für neue diskurse die nicht ausdrücklich von der religion zum gepredigt werden oder als diskussionsanleitung vorgegeben werden das ist zum beispiel der umgang mit tieren in diesem edeka werbespot bekommt der herr wie heißt er noch mal computer ausgegangen ich glaube schmidt ja der herr schmidt bekommt dann auf seinem weihnachtsteller eine gänsekeule soll das offensichtlich sein ja also wo bleibt der selbstkritische umgang innerhalb der religionen mit tieren wie sollen wir mit tieren umgehen ist es überhaupt noch zeitgemäß tiere zu schlachten vor allem zum weihnachtsfest wo wir doch uns wo wir doch einkehren sollen und friede und gerechtigkeit mal ganz intensiv reflektieren sollen auch hier ist da die nicht kommunizierte grenze die wir einfach selbstverständlich voraussetzen friede innerhalb der menschlichen gemeinschaft tiere gehören da schon wieder nicht dazu mit denen können wir alles machen was wir wollen solange sie bio sind das ist vielleicht so das höchste der gefühle was in dem kontext noch diskutiert wird ein anderer punkt ist jetzt gehe ich mal so ein bisschen in den sektenbereich obwohl es umstritten ist das beispiel der gruppe der zeugen jehovas aber auch andere freikirchliche christengemeinden die nach innen sehr sehr strenge regeln haben die wenn man auch als mitglieder hineingeborenes mitglied aus irgendeinem grund diese regeln nicht einhalten kann man ausgeschlossen wird und jegliche kontakte abgebrochen werden das betrifft homosexualität sowieso das betrifft die komplette sexualmoral sexualität außerhalb der ehe oder partnerschaft mit jemanden aus einer anderen religion stammenden oder bei den zeugen jehovas ist dies ist das die ablehnung einer bluttransfusion selbst dann wenn es lebensrettend sein kann und das problem dabei ist natürlich kann man das für sich selbst entscheiden aber solche entscheidungen wirken sich ja auch auf andere aus wenn zum beispiel die mutter nach der geburt eine bluttransfusion vermeidet verweigert und die kinder dann ohne mutter aufwachsen oder wenn es kinder selbst betrifft das ist zwar in deutschland nicht so einfach möglich aber in anderen ländern lässt man tatsächlich kinder sterben weil man der meinung ist dass die eigene religion oder das gott es nicht erlauben würde eine blut eine lebensrettende bluttransfusion zu spenden also all diese inner religiösen starken regeln die sehr stark abgrenzend sind die müssten eigentlich jetzt zur weihnachtszeit einmal offen thematisiert werden auch in solch einem spot denn die gefahr solcher spots besteht dass eine romantisierte form von religion verbreitet wird die sich auch in nicht religiösen nicht besonders religiösen menschen fest setzt so dass das bild von religion ein sehr harmloses plötzlich wird in meiner erfahrung ist es aber durchaus nicht so harmlos aus den genannten gründen ich weiß nicht ob es korrekt ob ich es einigermaßen verständlich vermitteln konnte meinen punkt also ich würde mir wünschen dass gerade jetzt zur weihnachtszeit eigene denkt tabus einmal aufgebrochen werden eigene feste regeln die man sich selbst gesetzt hat oder die durch die religion gesetzt werden einmal radikal aufgebrochen und reflektiert werden vor der folie dessen was wir menschlichkeit oder humanismus nennen oder dessen was wir liebe nennen allumfassende liebe nennen das mag jetzt auch etwas kitschig und etwas undifferenziert klingen der punkt ist aber dass die referenz wir menschen im umgang miteinander sind und nicht ein übergeordnetes wesen dessen willen wir befolgen müssen also irgendeine autorität die im namen eines gottes auftritt und deren willen wir erfüllen müssen auch dann wenn wir selbst dabei unglücklich werden das ist haben eine botschaft natürlich nicht aber meinen wunsch meinen meine denk anregung jetzt zur weihnachtszeit okay wenn ihr mit meinen gedanken was anfangen konnte lasst mir irgendwas da ein like oder ein abo würde mich sehr freuen und schreibt gerne was in die kommentare was sind eure erfahrungen mit religion oder sogar auch mit religiösen mit innerreligiösen grenz positiven grenzüberschreitungen zu bestimmten zeiten euren religiösen feste okay das war's ich bin peter oder aka der cyberphilosoph und ich bis zum nächsten video irgendwann wenn ich es mal wieder auf die reihe krieg ciao bis dann und allen eine schöne weihnachtszeit und so weiter tschüss